Hi und willkommen zu einem Video Review von Pro Illusionist. Ich bin Markus Bender und habe mir von PropDoc das Hydrostatic Glas angeschaut. Das ist jetzt in der Pint-Größe, das sagen die Englisch und die Ami sind immer so ein bisschen unterschiedlich. Also eine Bierglasgröße. Das ist so groß. Man bekommt das entsprechende Glas, das ist aus Kunststoff, ein Gimmick dazu, um den Effekt fortzuführen und die englische Videobeschreibung. Was bei dem Effekt passiert, kann man im Trailer sehen, den habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und die Frage, die ich oft gestellt bekomme, ist, wie unterscheidet sich eben das Glas von PropDoc? zu den anderen Hydrostatic Gläsern, die es gibt. Und die Antwort ist, wie immer bei PropDoc, in der Qualität. Es ist einfach qualitativ sehr, sehr gut gemacht. Da kommen die anderen meiner Meinung nach nicht wirklich mit. Und von daher würde ich, wenn ich sowas vorführen möchte, auf jeden Fall zur PropDoc Variante greifen. Die gibt es auch in verschiedenen Glasformen. Wenn ihr da was braucht, einfach Bescheid sagen. Wir können euch das direkt bei PropDoc besorgen. Und ich finde den Effekt wirklich toll. Es ist was Lustiges, wo man wirklich viel Spaß mit transportieren kann. Und von daher hat er es auch bei uns natürlich ins Sortiment geschafft. Wir haben jetzt erstmal nur diese große Größe mit aufgenommen. Es gibt, wie gesagt, noch verschiedene andere, weil ich einfach glaube, dass der Effekt einfach schöner ist, wenn man auch eine Menge an Flüssigkeit in dem Glas drin hat. Das macht es einfach schöner. Ja, was soll ich noch sagen? Es ist relativ schnell resettet. Man hat ein paar Restrictions, die man aber bei jedem von diesen Hydrostatic Glases hat. Zum Beispiel, es funktioniert nicht mit Kohlensäure. Das hat nichts mit der Qualität des Produktes, sondern mit der Art und Weise, wie es funktioniert, zu tun. Also, ich würde es aber so grundsätzlich mit ganz normalem Leitungswasser vorführen. Von daher halte ich das nicht mal für eine Einschränkung, eine Restriction. Finde ich gar nicht schlimm. Ich werde es zum Beispiel selber vorführen. Nächstes Jahr hier auf der Karnevalssitzung zum Beispiel. Da ist es der optimale Effekt dafür, wenn man auf der Bühne irgendwas zeigen will. Nur mal schnell. Dann ist es wirklich klasse. Preisleistungsmäßig, wie gesagt, finde ich es super. Die Qualität ist toll. Deswegen hat es bei uns das Hydrostatic Glas von PropDoc ins Sortiment geschafft. Und wir können eine ganz klare Kaufempfehlung geben. Wenn euch das Review gefallen hat, dann gebt uns einfach unten ein Like oder abonniert unseren Kanal. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.